So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke und was war das denn für ein C-Day mit Mabula, beziehungsweise bei euch läuft er ja auch noch. Es ist jetzt hier 16.39 Uhr bis 17 Uhr geht der C-Day. Ich war wieder im englischen Garten mit Pupsi in Meiningen. Wir machen das ja immer so, dass wir von 14 bis 15 Uhr eine Stunde spazieren gehen mit Kinderwagen, mit Jonas dabei. Einmal war das Muttertier dabei, dann war mal Marie mit dabei und so weiter. Heute waren wir wieder zu zweit, haben wieder unsere Challenge gemacht. Wer kriegt das erste Shiny? Wer kriegt das letzte Shiny kurz vor 15 Uhr? Und wer kriegt die meisten Shinies? Wer gewonnen hat, möchte ich euch gleich sagen. Ich möchte euch die Shinies auch mal zeigen, die wir bekommen haben, die ich bekommen habe. Warum der jetzt die ganze Zeit hier durchgegenläuft, kann ich euch leider nicht sagen. Das ist ein GPS-Drift, das hat nichts mit hier Spoofen oder Joystick oder irgendwas zu tun. Wirst du gleich wieder gebannt. Ich sehe es ja jetzt schon. Einer guckt jetzt hier das Video, schickt das Video an der Yannick und sagt, guck mal, der Spooft. Und der Yannick, alles klar, weg damit. Dabei sitzt du einfach nur hier. Und der macht einfach irgendwas, warum auch immer. Auf jeden Fall war es heute sehr kalt. Also beim letzten Mal war es ja irgendwie wieder sehr heiß. Heute war es irgendwie kühl. Ich hatte keinen Pullover dabei, ich habe gefroren. Ich habe dann in meinem Rucksack noch so ein Unterhemd gefunden und ein anderes weißes T-Shirt. Da habe ich mir das beides drunter gezogen. Da waren wir auf der Suche die ganze Zeit nach Meiningern, nach Meininger-Mitspielern. Ich habe da jetzt versucht mal über Drago-Neidenbar-Connections zu kriegen, ob es überhaupt Spiele in Meiningern gibt. Da sieht es ein bisschen mau aus. Konsti meint auch, es gibt zwar viele, aber die meisten spielen einfach für sich. Jetzt haben wir trotzdem über Discord einen gefunden, der gesagt hat, er will einen Krypto-Zaptos-Raid machen. Und im Englischen Garten war auch einer, habe dem auch gesagt, ja, wir würden jetzt da hinlaufen dann mal, würden doch mal gucken. Haben wir einen Krypto-Zaptos-Raid gemacht mit dem Rudi, Rudi Völler. Da war auch eine andere Gruppe vorher, die sind dann weggelaufen. Da waren viele Jugendliche, da habe ich gedacht, die spielen alle Pokémon Go, noch nie gesehen alles. Aber die waren dann direkt auch wieder weg, keine Ahnung, da ist auch gar keine Zeit zu connecten. Und ich war total überfordert. Ich weiß auf jeden Fall, in Meiningen gibt es Spieler. Und Rudi hat den Raid gemacht. Und was bei dem Raid passiert ist, das werdet ihr mir nicht glauben. Denn ich musste heute mit dem IvarMild-Account spielen. Ich musste heute mit dem IvarMild-Account den Community-Raid machen. War heute auch wieder Raid-Boss-Wechsel machen, musste den C-Day damit spielen, hat mir das Ticket geholt. Wo ich gleich sagen kann, ich hoffe, ihr habt natürlich hier im Spezial-Tab rechts, ihr habt euer C-Day-Ticket, wenn ihr eins hattet, fertig gemacht, die Aufgaben fertig gemacht. Hat sich meiner Meinung nach wieder gelohnt, für einen Euro im Monat beim C-Day dieses Ticket zu lösen, da diese Belohnungen mitzunehmen. Im Heute-Tab, das fand ich auch ganz cool, wieder mal gemacht. Im Heute-Tab gab es ja eine kleine Forschung, wo du einfach 15 Pokémon fangen musstest und hast dann als Belohnung ein Magnetmodul bekommen. Das Magnetmodul hast du gebraucht, um Akup zu Donarion zu entwickeln, was ja auch eine Aufgabe war bei dem Ticket oder was die meisten sowieso machen wollten. Wenn es Cino-Entwicklungen also gab in den C-Days, haben sie euch immer im Heute-Tab, während des C-Days, eine Forschung hingeballert, wo ihr Cino-Steine bekommt. Diesmal haben sie euch einfach ein Magnetmodul geschenkt. Und das finde ich gut, das finde ich richtig genial. Ich will jetzt mal hier auch diesen Stop anmachen. Warum, das erfahrt ihr später. Mach mal diesen Stop an mit einem Magnetmodul. Dann will ich mal ganz kurz reingucken. Es gab ja auch wieder Showcases mit Mabula. Jetzt will ich mal hier XXS eingeben und sehe, ich habe ein richtig kleines Mabula bekommen. XXS, das ist so klein, das befindet sich komplett nur in dem weißen Bereich und hat auch drei graue Sterne. Wie sieht es jetzt aber aus mit XL? Hier ist ein XL dabei. Das hat einen Stern. Und wie sieht es aus mit XXL? Da ist auch eins dabei. Und das ist natürlich bedeutend größer. Das ist das Größte, was ich habe. Das wäre also perfekt, das in einen Showcase reinzusetzen. Aber auch drei Sterne. Da das ja nur der iWarmild-Account ist, den ich nur heute an diesem C-Day mal rausgekramt habe, weil das mein offizieller Zweit-Account von damals 2016 war, nachdem ich Level 40 erreicht habe auf dem Main, hatte ich den mir als Zweit-Account mal angelegt. Habe ich auch keinen Showcase gemacht, habe mich auch in nichts reingesetzt. War ja eh Quatsch. Der wird heute einmal, beim C-Day wurde der gespielt, ansonsten würde er eigentlich gar nicht mehr gespielt. Was haben wir jetzt aber gemacht? Wenn wir Alter 0 und Mabula eingeben, dann sehen wir, dass wir 145 Mabula gefangen haben in der 1 Stunde. Diesmal habe ich sogar Log-Module angemacht. Als wir mit dem Main gespielt haben, sind wir da durchgelaufen, haben kein Log-Modul gemacht. Nur Rauch. Es war dann auch relativ schnell wenig los. Warum ich das Modul angemacht habe? Weil ich nämlich nochmal eins entwickeln will. Das Höchste will ich erstmal einmal nochmal durchentwickeln. Was ich mit dem Main dann immer gemacht habe, ich bin aber diese C-Day-Route abgelaufen und habe dann im Stream auch immer mal geguckt, dass ich eine Zergadezelle finde. Den Stream von heute mit dem Mabula C-Day, den könnt ihr auch auf YouTube finden. Wir haben eine Stunde also live gestreamt. Die Stunde, die ich mit Pupsi gebattelt habe. Und... Jeder kann nachträglich da reingucken, wie wir da rumgelaufen sind, was wir da gemacht haben. Und jeder würde auch unser Battle verfolgt haben. Ich kann es jetzt sagen, ich habe das erste Shiny bekommen. Pupsi hat dann zwischendurch aufgeholt. Dann waren wir irgendwann im Gleichstand. Dann hatte sie das letzte Shiny und die meisten Shinies. Und dann habe ich gegen Ende hin nochmal 2, 3 oder so bekommen. Das heißt, ich hatte dann das letzte Shiny vor 15 Uhr. Und ich hatte die meisten Shinies insgesamt. Ich habe also 3 zu 0 gewonnen. Wieder mal. Richtig krass. Also, ist aber auch nicht schwer. Pupsi hat ja, ist ja immer gehandicapt, weil Pupsi sowieso mit... Was will ich denn eigentlich machen? Genau. Weil Pupsi mit... Mit Jonas und dem Kinderwagen ja beschäftigt ist und immer nur eine Hand hat und immer nur ganz leicht curved mit einer Hand und dann wartet, bis das gefangen hat. Und ich laufe ja da durch und ich werfe den Ball und fliehe. Ich werfe den Ball und fliehe. Ich werfe den Ball und fliehe. Insgesamt habe ich hier also 6 Shiny Mabula bekommen beziehungsweise 7. Eins haben wir schon durchentwickelt zu Donarion. So seht ihr das mal, wie das hier aussieht. Wir könnten auch das Zweithöchste, das wäre das hier mit 578, können wir auch mal kurz entwickeln. Von Mabula zu Akub, heißt das glaube ich. Wir werden gleich alle 7 Shinies bewerten und mal schauen, welches das Beste war. Ich gehe halt dann meistens nach den WP und das mit dem höchsten Level entwickle ich durch und nicht das mit dem besten IV entwickle ich durch. Warum, weiß ich nicht, aber ich mache das halt immer so. So, das ist Akub. Das hier war das Erste. Das hatte einen Stern. Achso, das war das Durchentwickelte. Das hat auch... Das hat gar keinen Stern. Das haben wir eben entwickelt. Das hat auch 0 Sterne. Das ist also alles schlecht. Und die letzten vier. 0 Stern, 1 Stern, 1 Stern und nochmal 1 Stern. Also von den Shinies her sind die eigentlich richtig schlecht. Mabula war trotzdem ein Pokémon, was das erste Mal als Shiny da war, durch den C, der als Shiny eingeführt wurde. Das war krass. Und jetzt das noch Besondere. Zwischendurch diesen einen Raid im Englischen Garten, den wir gemacht haben, war es ja ein Krypto Zapdos. Das ist das Erste Krypto Zapdos, der erste Krypto Zapdos Raid, den dieser Account gemacht hat. Den habe ich gefühlt seit 2016 jetzt einfach nur noch jeden Tag in eine Arena gesetzt und dann nicht mehr. Also jeden Tag in eine Arena gesetzt, einen Stop gedreht, einen Pokémon gefangen, wieder in eine Arena gesetzt, einen Pokémon gefangen, einen Stop gedreht, mit dem Main interagiert, für Glücksfreude, um dann mal was rüber zu tauschen oder so. Jetzt hat er einen Zapdos Raid gemacht. Ihr seht, der ist bei Shiny eingetragen. Der hat in seinem allerersten Zapdos Raid ein Krypto Shiny bekommen mit 25,19. Und dann habe ich gedacht, ich muss den mal bewerten. Vielleicht ist der ja ganz gut. Bewertet den. Und dann ist das ganze Ding einfach ein 100% Krypto Zapdos in Shiny, ein 100% Shadow Hando, also Shadow Shando. Es ist total. Thumbnail müssen wir jetzt mal blöd gucken. Ungefähr so. Das ist so Bisa Fan TV mäßig. Ich habe keine Ahnung, was ich da mitmachen soll. Ohne Scheiß. Weil der Account, der wird im Prinzip jetzt dann, habe ich nach dem Seeday jetzt wieder auf Eis gelegt. Also erlösen brauchst du es nicht. Hochziehen kann ich es nicht. Gut, ich hätte 178 Bonbons, aber der macht halt nichts. Den habe ich für den Seeday rausgeholt, um den zu spielen. Auf dem Main Account. Rams ist der dicke mit der Null davor. Bombe. Ich hätte den Rest des Monats, ja gut, im Oktober wechselt das, ja. Ich hätte den Rest der Zeit so viele Zapdos gemacht, dass ich den auf Level 50 pushen könnte. Um zu zeigen, krass, fett, Sammlung. Wie viele Shinies hast du? Wie viele hunderter legendären Shinies? Wurde immer wieder gefragt. Aus den Rates, was so random ist, was du nicht gezielt suchen kannst. Das wäre ein absolutes Highlight gewesen. Ein 100% legendäres Shiny, aber als Krypto. Zapdos. Ich finde das so brutal, ich finde das so stark. Ansonsten weiß ich gar nicht, was wir noch zeigen müssen oder zeigen wollen. Wie gesagt, das habe ich hier gemacht. Einfach nur, damit ich kurz das entwickeln kann und wir können jetzt mal hier, oh, 93 WP. Ich wollte sagen, was ich sonst immer mache in den Ausbeute-Videos. Ich gehe nochmal auf jedes Mabula, was zu Hause sitzt und mit dem Schnellfang-Trick fange ich die immer schnell alle weg. Das ist dann immer das Ende vom Video. Also, wie lange habt ihr heute gespielt? Schreibt es mal in die Kommentare. Habt ihr drei Stunden lang gespielt? Ich habe gar nicht vier Sternchen eingegeben, ob ein 100er dabei war. Aus der einen Forschung war, glaube ich, zumindest ein 98er dabei mit 420. Und 421 wäre das 100er gewesen. Ob bei den Wilden noch was dabei war, weiß ich nicht. Vier Sternchen kann ich gleich nochmal eingeben. Aber ich kann mich noch erinnern, wie ich eine Stunde rumgelaufen bin zum Sea Day und hab vier Shinies nur bekommen, hab mich hier zu Hause hingesetzt und zwischen den acht bis zehn Sea Day Spawns, die noch hier am, oh, noch ein riesiges, das wäre auch ein gutes natürlich für die, äh, für einen Showcase. Und dann habe ich im Sitzen zu Hause nochmal vier Stück bekommen beim Zuhause wegfangen, was da sitzt. Genauso viel, wie bei einer Stunde rumlaufen. Das muss man sich mal vorstellen, ne? Brauchst du gar nicht mehr rausgehen, machst das einfach so. Das ist auf jeden Fall schön, wenn man hier zu Hause im Sitzen einen Shiny kriegt, dann kann man nämlich dieses Shiny theoretisch direkt in den, ähm, in das, in den, in den Screen, als Thumbnail mit reinpacken. Aber ich möchte ja jetzt dieses Krypto-Shiny Zapdos in 100% da reinpacken. Das ist jetzt wichtiger. Vielleicht bastel ich es auch so zusammen, das Thumbnail, dass einfach beide drauf sind. Jetzt seht ihr, hier ist alles fort. Da sitzt noch ein Parmo. Wir wollen noch kurz gucken nach vier Sternchen. Vier Sternchen, da ist nix und der Account hat sowieso mehr. Der hat hier dieses 100%ige Zapdos, ja, in Krypto und so weiter, aber der hat damals auch hier ein 100% Shiny Terrakium bekommen aus dem Raid am 20.11.2020. Also, das ist cool. Vielleicht sollte ich irgendwann mal ein Video machen. meine besten Fänge aus allen 18 Smurfs, also kleinen Nebenaccounts, die ich habe, wenn die immer mal mit dem großen Account zusammen Raid gemacht haben, dass der den schafft. Früher bin ich ja mit 6 Handys am Raid gestanden und da haben manche auch eben gute Sachen bekommen, die keiner kennt, weil es keiner gesehen hat. Vielleicht sollte ich mal ein Video machen und auf allen 18 Accounts einfach die Highlights zeigen. Wenn euch das interessiert, dann schreibt es mal in die Kommentare. Ansonsten für mich das absolute Highlight heute eben dieses heftige Zapdos. Jetzt gerade zu Hause noch ein Mabula bekommen. Wie war euer C-Day? Hattet ihr Spaß? Freut ihr euch auf den nächsten? Wart ihr unterwegs? Wie lange habt ihr gespielt? Wie viele Shinies habt ihr bekommen? Bei mir also sieben Stück in einer Stunde. Das reicht mir. Dann wird es auch mit Jonas quengelig. Beziehungsweise war der eigentlich ruhig, aber wir wollten halt dann wieder heim, dass wir auch noch was anderes machen können an dem Tag, aber das ist auf jeden Fall definitiv mein Highlight gewesen. Auch wenn mir das nichts bringt, ich es theoretisch jetzt direkt verschicken könnte, live, weil ich damit eh nichts machen kann. Ich kann es mir nicht rübertauschen. Ich werde es nie wieder sehen, weil das auf dem Account verschollen ist, aber ja, am besten Account jetzt verkaufen und sagen, da ist so ein Ding drauf und alle so, krass, 1000 Euro gebe ich dir, aber ich brauche das Geld nicht. Ich bin ein Mensch, ich lebe ohne Geld, deswegen scheißegal. Das war es von meiner Seite aus. Peace out, vorhaut, euer Ramses.